Faschingszeit im City geht Shopping. Was spielt sich da ab? Ja, wie man sieht, ziemlich viel. Die Stationen sind gut besucht und wir haben wieder heuer vier Stationen mit und zwar passend zur Faschingszeit gibt es bei uns das Faschingskrapfenverzieren. Da kann jedes Kind seinen ganz eigenen Krapfen mit heimnehmen und wir haben einen Zuckerkuss und Smarties und alles, was das Herz begehrt. Und ja, dann kann man auch Deko basteln, also so wie die Kleineren ist das eher, da haben wir noch Playmails mit und da können sie sich voll aussoben und dann sieht man, da entstehen richtige Kunstwerke. Und später dann um 13 Uhr gibt es dann noch das Kinderschminken. Ja, wir haben schon viele Anfragen gekriegt, dass sie sich darauf freuen und sind schon gespannt, was da für Vorlagen rauskommen. Und wer sich die Erinnerung behalten will, kann sich dann dort hinten noch ein Foto holen. Ja, genau. Also hinten kann man auch ein Erinnerungsfoto machen an einem schönen Tag da. Ja und kaum ist das bunte Faschingsdream im Citygate Shopping vorbei, geht es schon munter weiter. Grund genug, fünf Jahre Citygate Shopping. Großes Unterhaltungsprogramm zum fünften Geburtstag. Am Freitag, den 28.02. und am Samstag, den 29.02. feiert das Citygate Shopping mit einem bunten Unterhaltungs- und Mitmachprogramm für Jung und Alt sein fünfjähriges Bestehen. Mit dabei sind Chassophoniker, Zauberclown Popo, Kindermitmachzirkus und nicht zuletzt das große Kitty Contest Casting. Wer wird der nächste Kindersuperstar 2020? Und am 28. und am 29. können Sie mit etwas Glück beim Glücksrat Ihren Einkauf zurückgewinnen. An diesen beiden Tagen haben Sie die Möglichkeit, stündlich beim Glücksrat auf der Showbühne am Hauptplatz bis zu 100% Ihres Einkaufes, maximal 500 Euro in Form von Citygate Shopping Cards zurückzugewinnen. Mehr dazu oder das Programm Überblick finden Sie auf www.citygate.at oder auf TV21. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.